Hallo zu einer neuen Folge vom Summen- und Seiten-Podcast. Heute gibt es eine Folge der besonderen Art, denn ich spreche mit meinem Kollegen Kurosch über die Bedeutung einer guten Benutzerführung einer Software. Und während der Folge erzählt Kurosch von den Prinzipien, die unsere Software verfolgt bei jeder neuen Feature-Entwicklung oder Produktentscheidung und gibt auch diverse Einblicke aus verschiedenen Kundeninterviews. Freut euch schon drauf, denn aus meiner Sicht war es nicht richtig, spannende Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Summen- und Seiten-Podcast. Heute gibt es eine etwas andere Folge, denn ich werde mit meinem Kollegen Kurosch über die Bedeutung einer guten Benutzerführung einer Software sprechen. Und ja, bei so einem Thema kann ich mir keinen besseren Gast als meinen Kollegen vorstellen. Und warum, das wird euch mein Kollege gleich erzählen, von dem her sage ich, hallo Kurosch, sag doch gerne, wer du bist und auch ein wenig was zu deinem Hintergrund und deiner Rolle bei Candice. Gerne, gerne. Erstmal hallo, hallo. Es ist voll aufregend, auf dieser Seite zu sein, weil die ganze Zeit eigentlich bin ich mit dem Team auf der anderen Seite, der die ganze Zeit diese Folgen auch macht. Von daher richtig cool, hier dabei sein zu dürfen. Danke. Ja, auf jeden Fall. Kein Grund auch nervös zu sein. Du bist ja in deinem Bereich absoluter Experte, so konnte ich dich auf jeden Fall kennenlernen. Und von dem her, damit auch die Zuhörer das ein Stück weit einordnen zu können, sag doch mal, was ist deine Rolle bei Candice und was machst du jeden Tag bei uns? Ja, also meine Rolle ist Creative Director. Ich bin im Einfuß im Marketing, im Produkt an sich, aber auch Content Production und auch in anderen Departments. Man könnte sagen, Tausendfüßler, aber ein bisschen überall. Aber ich habe schon angefangen hier als, in Marketing war ich am Anfang und dann bin ich zum Produkt gegangen. Das war eigentlich diese coole Erfahrung, die ich auch hier gesammelt hatte, dass ich in allen Departments immer irgendwas getan hatte. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen auch das Bindemitglied zwischen den unterschiedlichen Design-Teams, die in unterschiedlichen Departments sind. Und ja, ich bin hier seit vier Jahren oder ein bisschen über vier Jahren jetzt und es macht richtig Spaß, hier zu sein. Und vor allem der Grund, es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum ich noch hier bin. Natürlich die ganze Domäne ist interessant, das Team ist interessant, aber die Art und Weise, wie wir die ganze Zeit mit dem Kunden reden, mit dem Markt reden, das ist so das, was auch interessant macht. Du redest ja von Benutzerführung, wie kann man das anpassen an den Audience, an die Leute, die da sozusagen kaufen. Und für jede unterschiedliche Domäne, ich war auch vielen Agenturen vorher, da gehst du in jedes Projekt in ganz andere Domäne, in ganz andere Ecken der Welt. Und bei Buchhaltung oder Finanzen, Finanzen ist auch seine eigene Welt, aber bei Buchhaltung speziell, da ist, es macht Spaß, mit den Leuten zu reden. Weil wenn du irgendwas machst und du gehst in den Call rein und du testest, sei es ein Prototyp oder so ein kleinen Feature, die Wertschätzung oder die sagen, hey cool, du hast wirklich das Gefühl, dass du dir den Alltag erleichterst. Und am Anfang, ich musste das Ganze auch lernen. Ich hatte gar keine Ahnung oder beziehungsweise ich dachte, ich wusste viel. Und dann komme ich wieder rein und sage, oh no, eigentlich überhaupt nicht viel. Und dann kommt man so rein und dann macht so kleine Features hier und da und dann sieht man, ach, das ist tatsächlich ein Pinpoint, was die haben. Und ja, jetzt bin ich hier. Ja, da geht es uns ja im Grunde ähnlich, kann ich mal so sagen. Ich meine, ich komme ja aus einem betriebswirtschaftlichen Kontext, habe ja BBL studiert, aber war selbst auch nie aktiv in der Buchhaltung tätig, ich habe dann im Laufe von meinem... Hast du auch deinen Invoice, das du immer einreichen musst am Ende des Monats? Nee, das war ich immer egal. Das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt machen, ja. Aber das funktioniert Gott sei Dank jetzt ganz gut. Und wenn nicht, ja, da klopft Maria bei uns ja dann doch immer recht zügig an, wenn wir das nicht machen. Wir sprechen also aus eigener Erfahrung. Genau, aber nee, von dem her, ich habe jetzt auch nie so die tiefen Buchhaltungskenntnisse erlangt und spreche ja von dem her, wie du auch jetzt in dem Rahmen, im Grunde auch immer nur aus der Stimme von unseren Kunden quasi, also ich aus dem Kontext meiner Beratungsgespräche und du aus dem Kontext deiner Kundeninterviews und dann natürlich auch aus dem Kontext von unseren internen Experten, allen voran Lars, den ja auch einige von unseren Zuhörern können, unser, ja, Kopf des Ganzen, wo auch viel Wissen herstammt. Von dem her, ja, freue ich mich jetzt schon drauf, mit dir einmal da tiefer einzusteigen, was deine Erkenntnisse aus unseren Kunden daraus angeht, nämlich im Kontext der Benutzerführung, um zurück zum Thema zu kommen. Benutzerführung, UI, UX, wie man es nennen mag, Kourosch, wir wollen einmal darüber sprechen, welche Bedeutung das hat. Von dem her einfach mal ganz allgemein gefragt zum Start, worauf kommt es an oder warum ist es grundsätzlich wichtig. Ja, also, den Namen sagt es, das ist die Benutzereinfachheit. Also, dass man so sagen, der Trick an die ganze Sache ist, rauszufinden, was ist genau jetzt dieser eine Job, die ein User in dem Moment an seinem Alltag erledigt haben möchte, um genau das rauszufinden und das genau zu lösen. Und der Trick dabei ist, nicht alle Optionen der Welt auf dem Bildschirm oder das Medium, wo es gelöst werden kann, zu zeigen, sondern nur diese eine Feature, nur diese eine Lösung, nur diese eine Eingabe fällt in dem Moment zu zeigen, die es wichtig ist. Und das ist eigentlich der Trick an dieser ganzen Sache. Es gibt auch viele Konzepte, wo man sagt, dass man progressiv Informationen nacheinander zeigt. Natürlich sind Tabellen super wichtig. Tabellen sind genau die allmächtigste Tür, um den Oberblick zu schaffen. Und Tabellen sind auch gut, weil jeder Büro hat einen unterschiedlichen Prozess und jeder Prozess hat unterschiedliche Punkte, Meilensteine. An jeder dieser Meilensteine, zum Beispiel, wenn es eine Rechnung gibt von A nach B nach C, da ist eine Tabelle sehr gut. Aber um den Prozess abzubilden, da zum Beispiel muss man herausfinden, was genau, welche Datei, welche Daten, welche Datenfällen muss ich jetzt gerade zeigen, sodass diese Person jetzt diese Datei weiterverarbeiten kann. Nun, das ist dann der Trick. Und dann, wir reden die ganze Zeit auch mit dem Kunden, versuchen, deren Prozesse besser zu verstehen. Es sind fast 60.000 Kunden, die wir jetzt gerade, oder Nutzer, die wir jetzt gerade haben. Und ungefähr 10, 20 Prozent davon sind in Buchhaltung richtig so Power-User. Und das ist halt die interessante Sache da drin. Wir haben so eine Dimension von Buchhalter und Nicht-Buchhalter und extrem viel Nicht-Buchhalter auf der anderen Seite. Und auch andere Dimensionen auch, die sozusagen richtig technisch versiert sind und die, die mehr klassisch drauf sind. Es gibt mehr die, die mobil drauf sind oder die, die mehr mit Desktop arbeiten. Deswegen gibt es viele Dimensionen von dieser 60.000 Nutzer und da versuchen wir die ganze Zeit rauszufinden, um mit denen zu reden, um rauszufinden, für wem lösen wir jetzt gerade das Problem und für die dann nur das Nötigste auf den Bildschirm zu bringen. Und das ist dann die Einfachheit. Und soweit ist möglich, Sachen zu automatisieren dahinter. Wenn zum Beispiel ich weiß, okay, diese Person jetzt gerade sucht nach irgendeiner Nummer, eine, was heißt ich, Debitur-Nummer, Kreditur-Nummer oder sowas, kann ich das schon nicht vorher bringen und das schon zeigen, sagen, ist das die Nummer, die du suchst? Ist das die Person, die du suchst? Ist das die Rechnung, die du suchst? Ja, das ist eigentlich am Ende des Tages. Okay, verstehe. Aber du hast jetzt auch einen interessanten Fakt mit reingebracht, also dass von unseren 60.000 Nutzern eigentlich nur 10, 20 Prozent Buchhalter sind als Nutzerrolle per se, was ja im Grunde, wenn man jetzt mal über unser Tool selbst spricht, unsere Kernzielgruppe ist, bedeutet aber auf der anderen Seite, 80 bis 90 Prozent stammen gar nicht aus dem Bereich, aber trotzdem musst du jetzt beide Nutzergruppen irgendwie vereinen. Aber wenn ich jetzt an die Anwendung per se denke, sind es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie mit unserem Tool gearbeitet wird. Ganz unterschiedlich, absolut. Und das ist halt der Trick an die ganze Sache, dass wir ein Tool sind, die nicht nur für das Finanzteam ist, aber natürlich von das Finanzteam geleitet wird und in eine Firma reingebracht wird, aber akzeptiert wird es von der ganzen Firma und benutzt ihn vor allem. Und da wird es richtig spannend. Der Head of Marketing würde so ein Tool ganz anders nutzen als jemand, der bei Vertrieb zum Beispiel arbeitet. Und ein gemeinsames Verständnis über die Kostzentren eines Unternehmens, diese Bildungsaufträge, die so ein Tool hat, um das Finanzteam in das ganze Unternehmen zu bringen, das macht es auch super spannend. Und deswegen, dieser Tool muss das auch ermöglichen. Aber auch gleichzeitig muss es auch ermöglichen, dass die Buchhalter auch seinen Power-Mode, dieser Focus-Time, die die haben am Ende des Monats, auch nochmal zu machen. Das ist die Balance, die wir immer versuchen, dann sozusagen durch eine Benutzerfläche hinzukriegen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich die Anwendung von unserem Tool zwischen diesen beiden Gruppen? Also du hast es jetzt genannt Buchhalter und Nicht-Buchhalter, relativ plakativ. Wie unterscheidet sich die Anwendung? Auf jeden Fall. Es gibt sozusagen die Leute, die von dem Finanzteam sind, die zuständig sind für das Capturing. Also es gibt, eigentlich lassen wir da ein bisschen anders anfangen. Es gibt zwei Ziele, weil wir gucken ja immer wieder, machen auch Recherchen, warum kommen Leute zu uns? Und es gibt zwei Ziele, die die immer haben. Und eins von denen ist Organisation, der andere ist Kontrolle. Und diese Organisation... Von wem jetzt? Von dem Buchhalter? Von einem Buchhalter, genau. Oder generell von einem Finanzteam, die ein Need hat, ein Problem hat. Also Buchhalter geht zu CFO und sagt, ey, wir haben ein Problem oder andersrum kommt das. Und dann stellen die fest, okay, wir brauchen ein Tool. Und meistens, dieses Ziel, die die erreichen wollen mit diesem Tool, ist, dass die... Entweder sind die dabei, die Kontrolle zu verlieren über deren Organisation oder irgendwie nicht die volle Kontrolle haben, über zum Beispiel, wann die was zahlen. Die haben ein Papier verloren, die haben Rechnung verloren, und Mahnung kam rein. Die Verbindung zwischen den Dokumenten sind nicht da. Und das ist halt die Sache. Das ist was, noch zurück zu deiner Frage zu kommen, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen? In dem Finanzteam, es geht darum, die Organisation und Kontrolle zu schaffen. Das heißt, soweit man das auch alles automatisieren kann, aber trotzdem, dass man Reports kriegt über die Automations, dass man rausfindet, kann ich alle Dokumente einmal bitte einmal durchlesen, bevor es rausgeht zur Freigabe und so weiter. Und von der anderen Seite, es ist das reine Freigabe. Es gibt einmal sozusagen das Review und dann also diese Faktisch, es ist diese Rechnung nach Paragraf 14 um das Steuergesetz, so alles noch richtig geschrieben. Und dann gibt es das Sachliche. Habe ich tatsächlich diese Kamera gekauft oder nicht? Oder habe ich zum Beispiel, kam das Essen an in dem Event oder nicht? Und dann es gibt diese Zweite. Die sind die Freigebern oder die Leute, die das noch weiterverarbeiten. Und es gibt natürlich die, wie gesagt, die ganze Kontrolle und Organisation dann schaffen. Okay, also ich versuche es mal so grob zusammenzufassen. Es gibt die Anwendergruppe Buchhalter-Finanzteam und die haben grundsätzlich die Ziele Organisation und Kontrolle, was eben dahinter steckt, dass man eben immer Zugriff darauf haben möchte, auf die Information, welche Rechnung befindet sich im Haus, wo befinden sich die Rechnungen, welche sind aktuell noch im Freigabeprozess und welche Rechnung kann ich wann bezahlen. Einfach mal um ein paar Beispiele zu bringen. Und die andere Anwendergruppe, also die in Anführungsstrichen Nichtbuchhalter, da stellt sich immer nur die Frage, okay, wie können die jetzt auf dem einfachsten Weg ihre Rechnungen freigeben? Kann man sich das so einfach zusammenmalen oder ist das jetzt zu plakativ? Das ist eigentlich sehr gut. Wir fangen immer mit plakativ an, aber es gibt noch mehr dazu. Und zwar, die interessante Sache ist, wenn du das Problem mit der Organisation und Kontrolle geschaffen hast, okay, zum Beispiel so, jemand kommt und weckt dich 3 Uhr morgens und sagt, sag mir jetzt, woher kommt diese 30.000 Rechnung? Musst du sofort den richtigen Tool haben oder irgendwie ein gutes System haben, dass du ein Handy oder ein Laptop oder irgendwas rausnehmen kannst und dann sofort sagen kannst, okay, ah, diese Rechnung vor 6 Monaten 30.000 und deswegen ist es auf einmal teurer. Und dann, und noch sozusagen die Ebene, die ich noch dazu sagen wollte, ist, dass die Verbindung zwischen diese 30.000 Euro und andere Dokumente, die vielleicht sogar du nicht gesehen hast, vielleicht gibt es einen Vertrag, der irgendwie verbunden ist damit, wo ein Klausel stellt, warum das jetzt auf einmal 30 ist von der 6, in der das letzte Monat war und so weiter. Und diese Verbindung, diese Verknüpfung zwischen den Dokumenten und die Papier, Papierchaos, die relevant ist für das Finansteam, halt kein Chaos zu machen, sondern eine richtig schöne Struktur sozusagen da drin zu bringen. Ja, macht alles Sinn für mich. Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man das in Form von Tools ermöglichen kann, diese Ziele. Und wenn man sich jetzt einfach mal so den Markt an verschiedenen Tools anschaut, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Es gibt jetzt Tools, die sind sehr Feature-based driven, sagen wir, also die sind sehr, sehr breit im Funktionsumfang, kann man grundsätzlich sehr viel machen, klassische Dokumentenmanagementsysteme als Beispiel. Und dann gibt es eher Tools, die fahren einen anderen Ansatz, wie jetzt wir als moderner Cloud-Anbieter, haben eher einen sehr fokussierten Bereich auf einzelne Problembestandteile im Prozess. Warum würdest du jetzt sagen, legen wir einen besonderen Wert auf eine gute Benutzerführung im Vergleich zu eher anderen Anbietern, die eher diesen sehr starken, funktionellen Ansatz von dem Tool fahren? Ja, das ist, ich glaube, das ist ganz klar, das ist genau, was ich meinte, mit der unterschiedlichen Dimension von unseren Leuten, die mit uns arbeiten. Es ist sozusagen, die Akzeptanz von allen sozusagen da sein sollte. Und deswegen, wir sollten ein Tool bauen, die ein Feature nach dem anderen erstmal baut und sozusagen das wirklich solide baut und das so einfach wie möglich und das so Berührungspunkte so wenig wie möglich sozusagen zu haben mit dem ganzen Prozess, aber so klar wie möglich, so transparent wie möglich. Und wenn wir das bauen, dann gehen wir erst in die nächste Feature, nächste Feature und das versuchen wir immer, dass die Akzeptanz gewährleistet ist. Und Akzeptanz meinen wir natürlich, wie gesagt, Leute, die nicht technisch versiert sind mit Leuten, die technisch versiert sind oder Megabuchhalter sind oder Neubuchhalter sind und das ist auch so eine große Unterscheidung da. Deswegen, es gibt viele Prinzipien, die wir folgen, eigentlich, die das versuchen, auch diese Akzeptanz zu schaffen. Vielleicht kann ich auch das kurz erzählen. Es gibt zwei Hauptprinzipien, die wir haben und eine der Prinzipien ist das Information on Demand. Das heißt, wir zeigen nur die Information, die in dem Moment wichtig ist. Aber wenn du so einen Drilldown machen möchtest, so reingehen möchtest, dann kannst du mit einem Knopf mehr rausfinden. Zum Beispiel, du siehst ein Invoice, du weißt, dass es von dem Kreditor ist, von dem Lieferant und in dem Moment ist es halt nicht so ganz wichtig, alle Sachen von diesem Lieferant zu wissen. Aber das ist ein Design-Prinzip, das wir haben, wenn der Kunde das haben möchte, wenn der User das haben möchte, mit einem Klick, Drilldown in die Welt von diesem Lieferant, was ist alles da passiert. Lieferschein, Vertrag. Genau. Zum Beispiel. Alles, was sozusagen dazu gehört. Und das kann man dann in alle möglichen Ecken von dem App sozusagen versuchen. Also das ist das Prinzip, das wir versucht haben sozusagen zu folgen. Ein ähnlich, aber ein bisschen anderes Prinzip ist der Fakt, dass wir so viel wie möglich von Prozessen transparent machen. Das heißt, wenn du ein einziges Mal involviert warst mit einem Prozess als Freigeber, dass du das immer bis zum Ende sehen kannst, wo es hingegangen ist. Weil traditionell ist es immer so, du gehst und machst du deinen Stempel und dann bist du raus. Und dann, wenn jemand, wo dort als Freigeber jetzt, wenn du das irgendwo gekauft hast und das Geld ist nicht angekommen, dann fragen die dich, warum ist mein Geld nicht da? Und dann denkst du, hey, ich habe das doch freigegeben. Wie peinlich, es ist noch nicht da. Und das sind so Fälle, wo du sagst, du musst gar nicht den Buchhalter anrufen, um diese Frage zu stellen. Du warst doch involviert in dem Prozess, du kannst selber dich einloggen und alles sehen. Nun, das ist, wo wir auch die Zukunft sehen. Auch von der Lieferantenseite kann man dann die Rechnung, die man rausgegeben hat, denen kann das reingekommen ist. Also alle, die involviert sind in einem Prozess, sollen das alles, was sozusagen natürlich die Regulations auch, bis wo es erlaubt ist natürlich. Wir können nicht alle Daten sehen, aber wenn es erlaubt ist, dann sollen die alles sehen. Absolut. Das ist halt die zwei, sagen wir mal, große Prinzipien, die wir folgen eigentlich die ganze Zeit. Das ist auch das, was ich in meinen Kundengesprächen immer wieder zu hören bekomme, dass so gerade bei den Unternehmen, die auf eine gute Benutzerführung Wert legen oder die auf der Suche nach einer Lösung sind, dass so der Punkt Einfachheit doch schon sehr, sehr häufig genannt ist, dass die potenzielle neue Software, gerade bei den Unternehmen, die jetzt eben noch sehr analog sind, analog unterwegs sind, dass da eine einfache Software eben eine sehr, sehr hohe Bedeutung in den Unternehmen hat am Ende. Und das ist auch das, was du sagst. Und ich stelle mich natürlich immer dann auch die Frage, okay, wie macht sich das dann letzten Endes denn dann wirklich in der Benutzung aus? Von dem her, du hast ja auch erzählt, du sprichst jetzt auch sehr häufig mit den Unternehmen, eben gerade auch mit dem Ziel, dass du gezielte Informationen von unseren Kunden bekommst, wie etwas in der Anwendung funktionieren muss. Von dem her, ja, lass uns doch da einfach mal so ein bisschen eintauchen, kuroschen, gib uns ein bisschen Insights aus so User-Interviews. Also was besprichst du mit den Unternehmen? Wie gehst du da ran? Oder was möchtest du generell wissen? Erzähl einfach mal so ganz grob, ich weiß gar nicht, wie konkret ich die Frage jetzt formulieren soll. Ja, nee, also wenn es darum geht, wie laufen diese ganzen Interviews? Puh, okay, dann gibt es... Oder anders gefragt, jetzt fällt es mir ein, weil du das jetzt nochmal so reframed hast. Also grob angefangen, warum machst du überhaupt User-Interviews? Ganz blöd gefragt. Oh, okay, 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 dann gehen wir einfach Schritte vor. In reverse. Naja, man kann, also das Prinzip von das ganze Produkt ist immer, dass man das sozusagen erstmal rausfindet, oh, was ist den Need da draußen, was ist das Problem und dann versucht man aus dem Problem eine Lösung zu bauen. Aber es ist auch super wichtig als Produktteam immer auch nicht nur zuzuhören, weil was man, wenn man nur zuhört der ganze Zeit, kann sein, dass man auch irgendwas baut, was für die große Masse gut ist, aber nicht sozusagen spezifisch genug ist. Und das ist halt ein bisschen diese Balance, die man immer schaffen muss. Das heißt immer, wir müssen die ganzen unterschiedlichen Arten, Methoden von Recherche betreiben, die entweder es ist Daten, die reinkommen oder Innovationen von innerhalb des Teams oder Kunden, die wir verlieren oder Kunden, die wir gewinnen, was wir hören und diese ganze Sammelsumrührung von Daten helfen uns, eine Meinung zu bilden, von was sollte der nächste Feature sein. Und dann, sobald wir das ein bisschen bauen, dann treiben wir ein bisschen auch Research mit dem Kunden selber, um das zu testen. Manchmal am Anfang stellen wir andere Art von Fragen, als wenn wir tatsächlich das Ganze, also zeigen wir auch manchmal einen Prototyp, aber am Ende, wenn wir das auch bauen, zeigen wir das richtige Resultat. Und es gibt immer sehr viel unterschiedlicher. Manchmal ist es einfach ein Survey, also dass man einen einfach Fragen rauscheckt. Hey, nutzt du SEPA-XML oder nicht? Warum zahlst du das? Warum zahlst du das? Warum nutzt du das? Warum nutzt du nicht Online-Bank oder sowas? Manchmal zeigen wir einfach einen AB-Test oder wir zeigen einfach ein Bild, manchmal sagen, sag mir was zu dem Bild in fünf Sekunden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Methoden, die man nutzt, aber das ist so, sich anzutasten und den Markt anzufühlen. Aber auch gleichzeitig, an manchen Stellen, muss man wirklich User-Center sein, völlig User-Center. Es gibt einmal das Markt-Center und dann User-Center. User-Center ist am Ende des Tages, wenn du dabei bist zu implementieren und diese Usability von der eigentlichen Essenz, haben die jetzt gerade erwartet, dass man einen Button klickt oder nicht? Wie sind deren Umgebung? Oder ist der Button oben rechts oder oben links? Zum Beispiel. Zum Beispiel. So was. Und ja, das ist diese Mischung, die wir dann immer wieder fragen. Und wie gesagt, wir haben unterschiedliche Arten von Interviews. Es gibt Interviews von Usability-Sachen bis hin zu Interviews, die für die nächste Feature sind, bis hin zu Switch-Interviews, was auch super interessant sind. Das meinte ich, dass die Leute zu uns kommen und ein Ziel haben. Zum Beispiel, sowas finden wir raus, indem wir auf Interviews die ganze Zeit fragen, warum bist du gekommen? Warum bist du gekommen? Das wirkt sich wie so eine Therapiestunde. Am Ende geht die so, oh nein, nein, keine Weile. Aber das ist wirklich eine coole Stunde, wo wir wirklich emotional werden, auch so teilweise, wo die uns erzählen, warum die gesucht haben. Was waren deren Pain-Points? Wie sah dann das Büro aus, bevor die so ein Tool hatten und welche Probleme hatten die und dass der lange Zeit, sag ich mal, Überstunden gemacht hat, die Person, dann ist er zu uns gekommen und so weiter. Und das ist super spannend, weil dann siehst du, welche Ziele die hatten. Manchmal ist es, weil die einfach skalieren wollten zu unterschiedlichen Standorte oder manchmal ist es diese Organisation, Kontrolle oder Kommunikation auf Belegebene einfach ermöglicht haben möchte. Manchmal ist es auch, das ist auch, wo es so richtig für mich interessant wird, die wollten Wertschätzung haben. Weil der Buchhalter, der ist dann derjenige, der am Ende des Monats immer hinterher läuft und so nach Sachen fragt und immer derjenige, der immer sagt, nee, das kannst du nicht bezahlen oder sowas, aber durch ein Tool, das ermöglicht ein bisschen deren Leben, dann können sie sich ja auch auf andere Sachen konzentrieren als einfach hin und her laufen und Sachen wie zum Beispiel Budgeting, Controlling oder auch wichtig, Work-Life-Balance, dass die nicht so viele Uferstunden machen und da merkst du einfach, wie cool so ein Tool ist für die und ja, das macht Spaß auf jeden Fall. Es gibt auch viele unterschiedliche, wie sagt man, interessante Interviews, wo wir machen, wo für mich persönlich, ich hätte niemals gedacht, dass das ein Need da ist, dass der Markt das braucht. Zum Beispiel, es gibt ein Format, wo wir irgendwas zeigen, so ein bisschen Zukunftsmusik zeigen und dann gucken, was ist deren Reaktion und auch manchmal sagen wir, mach mal einen Preisteig drauf. Wie viel würdest du das geben? Wahrscheinlich wird es auch umsonst sein, keine Ahnung, aber darum geht es nicht. Ich will einfach den Value so ein bisschen verstehen. Jetzt gerade kommt in meinen Kopf Rückstellung. Eine Rückstellung automatisch bilden. Das war für mich eine der besten Recherchen, die wir gemacht haben, weil ich wusste nicht mal, wie schwierig das ist oder was für ein Problem das ist, bis wir das wirklich tatsächlich gegangen sind. Wir haben die Leute gefunden, die auch außerhalbkenntnis waren und manche innenkenntnis und dann haben wir gesagt, was ist, wenn wir eine Welt hätten, wo die Rückstellungen automatisch gebildet werden können? Und boom, da kam die Reaktion. Das sind so Momente, wo ich weiß, ich habe keine Ahnung, was diese Schmerz ist bei euch. Das spürst du. Ist auch fast mit eines der Lieblingsfunktionen, jetzt würde ich sagen, seitdem wir die Funktion haben. Ja, genau. Und dann ist es, du kannst deine Monate so abschließen und wenn es schlimm läuft, kein Problem. Du hast diese Platzhalter. Ich meine, das Prinzip gibt es ja auch, aber dass das automatisch gebildet wird und dann wieder aufgelöst wird und so weiter. Die waren wirklich happy. Und das sind die Tests, die wir dann machen und dann gehen wir, dann bauen wir das tatsächlich. Okay. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Jetzt hast du selbst so ein bisschen das Thema Rückstellung rausgepickt. Deswegen bist du jetzt selbst schuld daran, dass ich dich so ein bisschen daran verhafte. Also erinnerst du dich daran, wie genau sind diese Interviews dann abgelaufen? Was habt ihr da versucht, von unseren Kunden wirklich in Erfahrungen zu bringen? Also bei dem Interview zum Beispiel an sich, wir haben erst mal versucht, deren Prozess zu verstehen und gefragt, wie machst du das tatsächlich? Und dann haben wir gelernt, oh, die haben so ein Excel-Sheet. Die reden darüber die ganze Zeit. Wir reden mit zehn Leuten. Die haben diese Excel-Sheet. Sag, schick mal dein Excel-Sheet, bitte. Natürlich, wenn du sensiblen Daten hast, kannst du das rausschlechen. Und dann gucken wir das Excel-Sheet an und sagen, wow, das ist so fehleranfällig. Da gibt es manchmal, und dann haben die aus Höhenweg-Geschichten zum Beispiel ein Formel ist kaputtgegangen, die Person ist dann raus aus der Firma und dann boom. Oder viel E-Mail. Oder viel, viel einfach Telefon, also so Kommunikation und so weiter stattfindet. Also erst mal versuchen wir zu gucken, was der Prozess ist. Und dann fangen wir mit einem Prozess, das heißt die Simulated Selection, wo wir ein paar Screens zeigen, von wie es sein konnte oder auch ein Prototyp zeigen, aber so nah wie möglich an der Realität. Und hier geht es wirklich darum, auch wenn die wissen, dass sie ein Interview sind, aber den Raum und Environment so zu schaffen, dass sie denken, dass die in Realität sind. Am besten mit deren eigenen Daten zu zeigen, so würde dein Screen aussehen. Bist du bereit, jetzt auf Export zu klicken? Und dann siehst du deren Reaktion und sagst, oh, wenn ich jetzt sage, was passiert denn jetzt? Heißt das, das ist alles in Dativ oder alles in SAP? Und dann merkst du, dann spürst du, sagst, okay, da tut sich was. Und dann versuchen wir das Ganze zu analysieren, welche Art von Leute das sind, ob das sozusagen Teil von unserer Target-Audience ist oder nicht. Das, was wir dann immer wieder dann intern dann abwägen. Wir haben auch einen UX-Researcher, der uns dabei auch großartig hilft. Und dann gehen wir damit weiter. Ich glaube, beantwortet das die Frage, wie wir das machen? Ja, genau. Ja, ungefähr so. Wie gesagt, je mehr wir weggehen von diese initialen Interviews, ist es mehr, dass Prototyp getestet wird. Und das ist halt ein Ansatz, den wir auch in dem Design-Team haben und auch das ganze Karosserie, wie sagt man, das System dahinter, so schnell wie es geht, in Live-Code zu testen. Weil das ist das Wichtigste. In deinem Monitor, auf dein Monitor, auf deine Umgebung, wo du sitzt, ich möchte das sehen, mit einem richtigen Software, wie das sich anfühlt für dich. Das ist halt der schnellste Weg immer, die Time to Development, vom Design to Development und Development to Testing, dass man das sozusagen an richtigen Apps immer testen kann. Hast du so ein User-Interview im Kopf, was dich besonders geprägt hat? Es gibt viele User-Interviews. Ich komme gerade raus, dass jetzt eine Reihe von Interviews, die mich stark geprägt haben. Vielleicht sind manche von denen auch in der Zuschauerliste. Keine Ahnung. Nee, aber es gibt viele. Womit soll ich anfangen? Es gab eigentlich eine Coole mit Split-Buchen. Das war ungefähr vor zwei Jahren, wo wir immer wieder den interviewt haben. Wir haben Split-Buchen sozusagen eingeführt und wir waren immer so, immer als ich die angeguckt habe, das war auch in Corona-Zeiten, wir sind auch in Cameras gegangen und ich habe immer gesehen, dass sie so nach unten gucken und irgendwas so eintippen und ich dachte, die beantworten Nachrichten oder irgendwas, aber nein, die holen deren Taschentecher raus. Die Buchhalter, da gab es ein Software von dir, aber die holen immer deren Taschenrechner raus, als es um Split-Buchen ging. Und das war super spannend für mich. Ich sage, oh, welche Informationen holst du jetzt gerade, die ich dir nicht anbieten kann und warum? Und die Interessante dabei war, es sagt, nee, egal was du machst, ich werde den Taschenrechner rausholen. Oder ich habe auch ab und zu dann in den Interviews tatsächlich in einem Prototyp auch so gemacht, dass wenn die an diese Stelle kommen, an diese Stage, dann poppt so ein richtig altmundiger Taschenrechner auf dem Bildschirm auf und die haben gelacht und die haben gesagt, ja, du verstehst mich. Also dann sage ich, ja, aber tatsächlich haben wir das nicht eingebaut, wäre ein cooler Easter Egg. Tatsächlich haben wir gedacht, aber haben wir noch nicht eingebaut. Aber sowas findet man raus. Oder auch manchmal, ich muss, was auch manchmal, es ist auch, wie sagt man, Neufeld für mich, dass ich mit jemandem, der schon seit 20, 30 Jahren Buchhaltung macht, ich muss ihm dann am Telefon erklären, nee, unser Ansatz ist was anderes, weil Buchhaltung zum Beispiel, na zum Beispiel, was wir Kreditoren konnten, dass man das von 70.000 bis 999 einfach zufällig jetzt gerade vergeben kann, weil es nicht so will, weil früher hat man das wirklich, die 70.000 war A, dann 80.000 B, und dann hat man es so gemacht, weil es wirklich, dass ich ausgedruckt war in so einem Papier, Mappe und jetzt muss ich dann am Telefon oder in so einem Interview dann erklären, vielleicht ist es nicht so wichtig, dass es so ist. Und dann kommt man ins Spiel und dann redet man miteinander und es ist einfach so interessante Sachen, viele interessante Sachen, was dabei passiert ist. Ja, das ist cool, das hat mich jetzt einfach auch mal so ein bisschen interessiert, neugierig gemacht, was du da vielleicht so in deinem Hinterkopf noch versteckt hast. Jetzt, wenn du aber so darüber sprichst, Kourosch, ist das für mich alles noch ein bisschen zu einfach. Lass mich erklären, wie ich die Aussage meine. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt verschiedene Ansätze, wie Softwareprodukte aufgebaut sind, es gibt Tools, die sind sehr stark an Funktionen ausgerichtet haben, sehr starken Funktionsumfang. Wir haben jetzt eben unseren sehr starken Fokus auf das Rechnungsmanagement und eben das Ziel, dass beide Anwendergruppen in der Plattform vereint werden. Das sind immer die Buchhalter, aber eben auch die Nicht-Buchhalter. Und den Ansatz, den wir fahren, damit sind wir ja nicht alleine. Und ich hole jetzt aus dem Grund so aus, weil ich es ja doch immer wieder erstaunlich finde, dass aus 99 von 100 Kunden Gesprächen, die ich führe, ich eben immer wieder höre, dass die Kunden begeistert sind, wie einfach unser Tool dann letzten Endes ist. Und das ist ja doch etwas, was uns anscheinend am Markt ja doch so ein bisschen einzigartig macht. Und da bist ja in gewisser Art und Weise du auch dafür verantwortlich. Und jetzt stelle ich dir halt die Frage, wie, also warum kriegen wir das besonders hin oder was machen wir vielleicht anders als jetzt andere Anbieter? Okay, ein paar Worte zurück, warum du verantwortlich bist. Das ist der Punkt. Das bin nicht nur ich. Und vor allem, weil während du das erklärt hast, musst du dich an unsere viele Design-Dailies denken. Es gibt nicht ein einziger Design-Dailie, wo eine von uns Designern irgendwas vorstellt und das wird nicht auseinandergenommen. Das sind die Momente. Das sind die Momente, wo du sagst, brauchen wir das, brauchen wir das, brauchen wir das. Und unsere App entwickelt sich so weit jetzt gerade und wir machen viel mehr Integration mit anderen mit anderen Apps, Systeme, wo die Komplexitäten von den anderen Apps kommen auch. Ob du das willst oder nicht, das kommt. Und du musst das, also bisher haben wir gedacht, okay, es ist unser Heimspiel. Wir können entscheiden, wie das hier aussieht. Aber jetzt kommen andere Sachen und dann wird es richtig tricky und dann wird es auch so richtig spannend und wir müssen, die Designer muss dann das die ganze Zeit auseinandernehmen, rausfinden, was ist das wirklich das Nötigste und dann dieser Prinzip Information und Demand. Wenn die mehr Informationen brauchen, dann erst dann zeigst du die und ja, treu bleiben an seinem Prinzip in der ganzen Zeit. Und wir haben, wie gesagt, das ganze Team sind auch sozusagen richtig auch wach und affin für gutes Design und versuchen, das alles sozusagen so runterzubrechen, dass man nicht die Extras hier und da hat. Und das ist richtig maßgeschneidert von dem Use Case, von dem Nutzer, die gerade davor sitzt. Ja, okay. Naja, gut. Ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet, aber es klingt alles so logisch, wenn du das sagst. Was hattest du denn erwartet? Vielleicht verwenden wir da einfach in unserer Arbeitsmethodik andere Dinge, aber wenn du sagst, es ist einfach, ja, am Ende kommt es nur darauf an, dass man seiner Linie treu bleibt, Information on Demand oder halt, dass man dem Anwender immer nur das Notwendigste zeigt, was die Person halt in dem Anwendungsfall jetzt sehen möchte. So, das klingt natürlich irgendwo logisch, aber man stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man das denn umgesetzt, weil in seiner täglichen Arbeit wird man ja ständig verlockt von diversen Ablenkungsfaktoren und bauen kann man ja wahrscheinlich immer alles, gerade ihr aus dem Produkt, ihr kriegt ja von unterschiedlichen Seiten irgendwie ständig Signale, unser Vertriebsteam stellt Produktanfragen, Support-Team stellt Feature-Anfragen, Kunden stellen sowieso Feature-Anfragen und das stelle ich mir halt einfach nicht leicht vor, das wollte ich damit sagen. Ja, ich kann mich erinnern, dass du mir auch so eine Liste geschickt hattest. Die Liste existiert immer. Ja, die Liste existiert immer noch. Beide, dazu muss ich nochmal zurückkommen auf dich. Das ging auch um die Split-Wochen, glaube ich, weil du meintest, da muss man auch andere Informationen auch darstellen. Aber genau darum geht es. Wir haben auch unsere Ressourcen und wir haben auch unsere Ziele, wir haben auch unsere Strategie und sehr oft, sehr oft müssen wir an der Stelle Nein sagen und Nein sagen zu natürlich Feature-Request, Nein sagen zu Informationen auf dem Bildschirm, Nein sagen manchmal auch zu was den Nutzer sagen, weil wir müssen wirklich das Ganze schlank halten, wie wirklich. Einfach, aber auch produktiv, dass es funktioniert eigentlich. Funktioniert für alle unsere Nutzer, soweit es geht. Verstanden, cool. Naja, Kurash, also war auf jeden Fall mal ein Interview der anderen Art, aber ich muss sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Thema mal in der Tiefe mit dir zu durchleuchten, sonst unterhält man sich ja immer mal so auf dem Flurfunk zwischendurch und dementsprechend hat es mir richtig Spaß gemacht, mal wirklich Deep Dive in das Thema einzutauchen. Absolut, absolut, auch gleich was, vielen Dank. Super und jetzt natürlich auch die Chance für die Zuhörer, falls auch da ein oder andere Kunden dabei sind, gerne mal das Feedback von euch und dann lasst uns in den Kommentaren, was gefällt euch besonders möglicherweise an unserem Produkt oder generell auch, was ist euch im Kontext einer Benutzerführung an einer Software wichtig oder warum ist euch das Thema überhaupt wichtig oder muss vielleicht, anders als wir uns heute darüber unterhalten haben, eine Software eurer Meinung nach gar nicht so besonders einfach in der Anwendung sein, weil man ja beispielsweise eh jeden Tag damit arbeitet. Ich bin auf jeden Fall neugierig und sage danke fürs Zuhören und danke auch an dich, Kurs. Jo, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr viel Spaß gemacht. Jo, vielen Dank. hat mich sehr viel Spaß gemacht. Hahaha!